Ja, auf jeden Fall. Also man lernt so viel in der Schule, dass, wo man sich sagt, ja, das werde ich vielleicht im Leben nicht mehr brauchen, aber wollen wird man, egal wo, überall, immer in seinem Leben und deshalb ist es schon sehr wichtig, dass da ein bisschen Aufklärungsbedarf, also dass da ein bisschen aufgeklärt wird. Generell, wenn ich in meiner Klasse einmal umherfrage von den Wahlen, wer ist von euch alles Wollengang? Das sind in einer Klasse von über 20 Schülern teilweise zwei bis drei Personen und das ist, das darf in Zukunft nicht mehr so weitergehen. Politischer Unterricht heißt für mich immer ohne gesellschaftspolitische Zuordnung, das ist freiheitlich, ÖVP oder SPÖ oder wie auch immer, das ist aus meiner Sicht politische Bildung ohne Parteipolitik dazu zu verwenden, weil das wird in Österreich leider Gottes immer vermischt. Da hat man in der Schulen wenig politische Bildung, weil man gedacht hat, der Professor ist einer, der parteipolitisch motiviert hat, agiert. Die Jugend sollte dort einfach in der Richtung eine politische Meinung sich bilden können und frei sein, um mit 16 ins Wollen zu gehen. Herr Bürgermeister, was kann die Politik machen, um attraktiv zu sein? Eine Wahlbewegung ist natürlich, ich sage immer, das ist die Würze der Demokratie. Das ist völlig klar, da geht es darum, Emotionen zu streuen und Leute zu mobilisieren. Du hast ja im Prinzip, mit Ausnahme der kommunalen Ebene, der Gemeindeebene, wo man tagtäglich mit den Menschen zu tun hat und wenn dort einer sich vor den Menschen versteckt und ist er selber schuld, ist er fehl am Platz. Aber in Wahrheit kannst du dort im tagtäglichen Arbeitsbereich etwas bewegen und Vertrauen schaffen. Aber in der höheren Politik ist es halt so, dass das ist ein Managerberuf. Die haben nahezu selten die Möglichkeit, schon mit den Bürgern, aber nicht in den vertraulichen Kontakt zu treten. Daher ist es richtig, dass es einen Wahlkampf gibt, mit oder ohne Kugelschreiber. Das ist genau die Phase, wo jemand sagt, was er sich vorstellt oder wo er eventuell Rechenschaft ablegt. Das kann nicht sein, so wie du sagst. Wenn du noch willst, mit dem Intercity nach Wien fahren, nach Graz fahren, da muss der Ticket von Klangfurt auslösen, sonst darfst du vom Wolfsbergweg gar nicht mitfahren. Das ist einfach schizophren, also das ist unvorstellbar, wie wir überhaupt aus 8 Millionen Volk völlig überverwaltet, überorganisiert sind. Verpflichtet ist der Bund, das ist seine Bundesaufgabe, den Schülerverkehr zur Bewerkstellung und da ist ganz einfach die Aufteilung nicht gerecht. Da ist anzusetzen, es muss die Kopfquote abgeschaffen werden, es müssen Sockelbeträge sein und da muss das Gesamte indexiert werden. Ich möchte an alle Jugendlichen appellieren, es wäre lieb, wenn ihr eure Freunde dazu anregt, wie wir vorher schon gesagt haben, wenn mehr junge Leute wollen gehen, dann hat die Jugend auch wieder mehr Gewicht. Man muss sich zur Wehr setzen, auch vor allem in der eigenen Partei Gehör verschaffen, dann kannst du auch etwas weiterbringen und das müsst ihr tun, mit Beharrlichkeit, einfach draufbleiben, mit Beharrlichkeit draufbleiben und auch daran denken, unser Land hat große Probleme, große Sorgen, aber wir sind bei weitem nicht so schlecht aufgestellt, wie suggeriert wird und wir könnten eigentlich ein bisschen optimistischer in die Zukunft schauen. Applaus Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.